David Tim ist ein deutscher Pianist, Organist, Chorleiter und Jazzmusiker. Seit Februar 2005 ist er Universitätsmusikdirektor der Universität Leipzig und damit auch Leiter des Leipziger Universitätsers. In seiner Schulzeit war Tim Mitglied und später erster Präfekt des Leipziger Thomaner Chors. Nach dem Abitur an der Thomasschule studierte er 1989 bis 1995 an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartoldi, Leipzig. Kirchenmusik bei Hannes Kästner, Arvid Gast und Volker Breutigam und schloss das Studium mit dem Kirchenmusika-Examen ab. Nach dem Studium absolvierte Tim in der Meisterklasse von Markus Thomas ein Klavierstudium, das er 1999 mit Auszeichnung abschloss. 1996-97 still weilte er zu einem Studienaufenthalt bei Karl-Heinz Kämmerling am Salzburger Mozarteum. Von 1998 bis 2002 unterrichtete er an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik, Halle, Chor und Orchesterleitung und seit 1998 an der Leipziger Musikhochschule liturgisches und seit 2002 zusätzlich künstlerisches Orgelspiel. Seit 1991 tritt Tim zusammen mit dem Saxophonisten Raiko Brockelt als Jazz-Duo Tim Brockelt bei Klassik und Jazz-Festivals im In- und Ausland auf. Zusammen mit dem Saxophonisten Frank Nowitzki gründete er 1999 die Leipzig Big Band und war 1999 bis 2006 musikalischer Leiter des Leipziger Vocal Ensembles 1997 wurde er beim internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation in Schwäbisch Gmünd mit dem ersten Preis ausgezeichnet. David Tim ist Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der Richard Wagner Gesellschaft Leipzig 2013. Er wurde 2008 mit dem Mozartpreis der Sächsischen Mozartgesellschaft ausgezeichnet.